Oh, oh, es tut mir entsetzlich leid. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Entschuldigung, das ist doch nicht möglich. Das ist doch wirklich das Mindeste. Sie haben die Hände voll und es war meine Schuld. Oh, erwarten Sie, ich mache Ihnen die Tür auf. Danke. Ich danke Ihnen. Milchkaffee, groß, fetter.